Und damit herzlich willkommen zur zweiten Challenge, diesmal eine Fußball-Challenge. Und zwar ich, Zapf01, ich bin übrigens Torhüter gegen den Knabberdrachen, der, äh, zieht sich gerade was an, weil der eigentlich Oberkörper frei machen wollte. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, und ich würde sagen, wir fangen erst mal an, wenn ich unscharf bin, mit Crossball schießen. Let's go! Und zwar vom Elfer, oder? Schaffst du vom Elfer? Ja, drüber. So, jeder hat drei Schüsse. Und damit bin ich raus. Erste Schillen verloren. So, wir machen jetzt nochmal vom 16er, ich glaube nicht, dass ich da treffe, aber, naja, man kann es ja mal versuchen, ne? Ich würde sagen, da habe ich noch eine Chance, steht jetzt eins nur für ihn, jeder hat nochmal drei Versuche. Let's go! So, give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Ding-ling-ling-ling! Ich würde sagen, die andere, weil es einfach scheiße schwer ist, die kriegen wir nicht hoch, ich würde sagen, jup. Okay, es geht weiter, weil es steht jetzt eins-eins. So, give me something to believe. So, damit bin ich raus. Erste Challenge geht an ihn. Mir ist aufgefallen, da oben, über euch fehlt ein Mikrofon. Das muss ich jetzt erstmal holen gehen. Sorry, wenn der Ton jetzt ein bisschen scheiße war. Bei der je gewonnene Challenge gibt es einen A-Sportler für den Gewinner jeweils, also er darf schießen. Er hat jetzt schon mal einen gut, es gibt drei Challenges insgesamt. Mal schauen, wie es noch weiter geht. So, jetzt sollte die Qualität auch besser sein. Er hat jetzt, wie viele Schüsse aus? So sechs, ne? Ja, sechs Schüsse vom 16er. Ich werde die im Tor raushauen. Halts maul, sechs. Ich werde die dann raushauen. Und dann kommt die letzte Challenge. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ah, ich bin rum. Weggefetzt. Okay, jetzt kommt der Elfmeterschießen. Aber diesmal muss er dann auch ins Tor. Jeder hat fünf Schüsse aufs Tor. Ich würde sagen, let's go. Okay. Los geht's. Bruder, das werde ich aber jetzt gewinnen. Nicht einen schön nach rechts, links oben. So eine Scheiße, Mann. So eine Scheiße, Mann. Perfekt. Erster links von euch. Zweiter auch. Dritter rechts. Keine Ahnung, kann ich mir schon nicht mehr merken. Egal. Jetzt kommt der alles entscheidende Schuss. Ihr könnt jetzt da oben abstimmen, in welche Hecke habe ich denn geschossen. Let's go. Ich weiß es immer noch nicht. Gewonnen. Ich würde sagen, es gibt die Bestrafung. Zwei Arschi für Gregor, ich geh wieder ein bisschen weg. Und einen für mich. Let's go. Und ich krieg auch einen. Aua. Und damit würde ich sagen, tschüss aus der Blas nach Haus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also ihr mich. Bleibt schlappi. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo. Darauf hat es euch gefallen hat. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.